Alles auf der Erde dreht sich um die Sonne. Auch beim Helmholtz-Zentrum Berlin. Die Sonne überschüttet uns mit Energie. Wir müssen sie nur sammeln und speichern. Die Natur hatte Zeit, um das alles zu lernen. Wir haben ein Röntgenauge, um ihre tiefsten Geheimnisse zu ergründen. Mit diesem Wissen entwickeln wir neue Materialien für eine klimaneutrale Zukunft. Effizientere Solarzellen, leistungsstärkere Batterien, Katalysatoren für eine grüne Industrie, Quantenmaterialien für eine schnellere und sparsamere IT. Energie ist reichlich vorhanden. Unsere Forschung macht sie nutzbar für die Gesellschaft. HZB – Forschen mit Energie